Das war jetzt eine Fahrt und das hat 15 Dollar gekostet. Hallo meine Süßen, heute wieder bei meinem Beauty-Til-Oreal, Fahrtspiel mit GTA und es macht viel Spaß. Voll die Hölz-Abschneiderei. Oh, der ist ja bereit. Der war bereit. Der hat vorgekommen zu sagen, es geht sie. Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-idy-Dö. Nice. Darf ich das? Nein. Ich hab mir den Kopf gestoßen. Was ist das hier? ún scheiß. Erstmal ein paar Chicas aufgammeln! Moin! Kann ich auch einen Strip-Club? Kann ich die auch so anmachen? Oh, deadass. Ne, die hat keinen Arsch. Was ist denn deine Mission, alter? Schnell weg! Ich falle dir Blut. Das ist cool. Ist hier nicht irgendwo der Skatepark? Hey, wo ist denn da die Ampel? Was ist denn da für ein Spiel? Aua den. Und Ampel. Fällen. 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 Jonas, bitte mal diesen Weg gegen dieses Kack-Auto. Isst dich. Jumme, ne? Ihr könnt auch verschwinden. Guck mal, der fährt voll schnell vor mir. Der hat bestimmt Angst. Jumme, der kann ja nicht Auto fahren. Das ist zu stark, oder? Dreh dich, Auto! Oh! Und dass ich den Jeep gewählt hab. Von Weglau und von Dorn. Oh, es war eine Flucht! Ah! Nein! Nein! Hey, da sind die Hasen. Ich glaub, die Feuerwehr, ey, die Polizei sogar abgelehnt. Oh, oh! Oh, Junge, das... Hey, die Autotür. Naja. Hallo, ich raste nicht! Irgendwann rastet, oder? Nur bei der Feuerwehr. Polizei, meine ich. Ich verwechsel die beiden. Kann ich da hochfahren? Hier ist äußerste Vorsicht geboten. Ähm... Ups. Ja, das ist nicht so ein Geländewagen, gell? Schaffst du! Komm! Ah, der hat mich alles angenommen. Ja, jetzt hab ich gewendet. Schneller! Rückwett gegangen. Oh, nicht am Handy während der Fahrt. Oh, ich bin da! Sieht aus wie ein Indien sind voller Streister. Den Parkblock, linken. Du hast mich noch nie parken gesehen. Äh, Mief, äh. Hast du nicht so geschafft, wie du hast ihn machen? Ha, ha, ich kann auch den da nehmen. Ja, nein, ich parke mein Auto jetzt hier. Mein Porsche, so. Das reicht mir jetzt. Ich möchte erst hier reingucken. Oh, ne, da will ich nicht rein. Guck, voll schön. Ich weiß das. Oh. Hallo, warum fährt die mich denn um? Frauen und Autofahren, ne? Das sind so zwei Fremdwörter. Erstmal das Auto pullen. Oh, was soll man? Oh, was soll man? Das ist schlecht. Die letzte Kurve kommen bitte. Am hinteren. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Und sag ab 100 Likes, hast du ein eigenes Let's Play. Ab 100 Likes machen wir ein eigenes Let's Play. Dann spiel ich Bibi und Tine immer. Ne, ich habe Bibi Blocksberg nach zu Hause. Vegetariert euch dann. Aber das ist wohl das Kackspiel. Ne, ihr habt ihn noch irgendwas. Ich komme dann nämlich am Anfang schon nie weiter. 100 Darks und mannig macht ein eigenes Display auf unserem Kanal. Halt, hier ist ne coole Villa. Guck mal, die müssen immer am Berg anfahren. Anfahren. Arschbombe. Oh, Quapper. Jetzt bin ich trief nass. Das war voll der Poser-Move. Voll öde. Oh, das war cool. Gibst du, das war cool.